Unsere Zukunft ist elektrisch, weil elektrische Energie CO2-frei erzeugt werden kann. Elektrische Energie ist einfach zu speichern, zu transportieren und sie kann vielseitig eingesetzt werden. Viele Anwendungen, die heute noch auf fossile Brennstoffe angewiesen sind und damit den Klimawandel beschleunigen, können durch eine Elektrifizierung CO2-frei werden. Diese spannende Vision einer All-Electric Society erfordert eine Zusammenarbeit und Vernetzung von verschiedenen Technologien und auch von Menschen aus unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft. Genau hierbei kann Normung eine wichtige Rolle spielen, indem sie die verschiedenen Stakeholder zusammenbringt und wir als die Deutsche Elektrotechnische Normungsorganisation haben uns verpflichtet, diese Vision gemeinsam mit unserer Community und gemeinsam mit Ihnen umzusetzen. Begleiten Sie uns auf dem Weg in eine elektrische und CO2-freie Gesellschaft der All-Electric Society.